hallo und herzlich willkommen zurück bei black clover quarter night ja wir sind ja eigentlich schon bei mission 10 meine aufnahme ist abgeschmiert und anstatt dass sie dann einfach da wo der speicher zu ende war einen cut gemacht hat ist die ganze aufnahme im arsch gewesen ein hoch aufs aufnehmen scheiß drauf spielen wir halt alle mal magna senpai kochina okokno magos war in ein sko kochina kekko nakazka hybisadita hat da jenzen miattara naiwo Was ist das? Ich habe keine Gefühle. Oh? Du bist wieder der Geist? Wer ist das? Ich habe die Angelegenheit nicht gewusst. Jetzt werde ich mich. Ich habe mich immer beinahe, aber das kann es nicht aufwarten. Ich würde auch noch nicht aufwarten. Ich werde schon mit Astaghemisern. Ich bin nicht aufwarten. Aber ich finde, dass ich mich nicht aufwarten. Ich werde es mit Astaghemisern zu helfen. Ich möchte mich auch alle, dass ich mir immer wiederum. Das war's für mich. Was ist das? Was ist das? Ihr habt alle, dass ich mich, die ich守ze. Das ist ein Schäufer, oder? Das ist nicht ein Schäufer. Entschuldigung! Schäufer... Oh, Herr Sohn, ist es da? Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Was ist das? Ich bin der Fall. Ich bin der letzte Zufall. Ich bin der Fall. Wer ist das? Hey, hast du gehört? Hey, Miyami! Ich bin der Fall. Hey! Ich bin der Fall. Oh, ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Och. Tja, da geht es jetzt wieder gegen Vito. Der ist gerade... Ne, ich verrate mal nicht, aber den Kampf gegen den gab es gerade in Black Clover. Im Anime. Aber wer denn aktiv schaut, weiß es eh. Und jetzt darf man hier auch noch eine auf die Mütze geben. Komm da her, du. Haariges Katzenstreumonster. Du wärst, wenn ihr den immer angreift, Leute. Könnte Sinn ergeben. Upsa. Komm, ich hau dich rein da. Upsa. Äh. Was ist das denn? Ist ja auch scheiße gelaufen, ne? Was ist denn da daneben? Also im Anime kämpfst du besser. Swann ist es? Ja. Wissen ist das denn? Ja. Wie ist das? Wissen ist das? Ihr habt ваши Überraschungen? Naja. Wir haben eine Wissen, die wir schien. Man lernt das. Aber ist das? Ja. Oh, genau. Das ist das. Na, der sollte. also da habe ich jetzt nur meine super dreimal getroffen scheiße da reißen wir uns gleich in weil ich den ersten wirklich besuchen könnte na ha 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 so oder dass du kannst du kio dass du schio und der da da so co ma da bett kimo chua wakar Aber ich glaube, das Ziel ist, dass sie nicht die Erlösung der Verlösung der Verlösung der Verlösung. Hm, das war so. Dann gehen wir, Bette. Wait! Das ist das, was ich nicht verletzte. Und das war's, was wir schon mit dieser Episode. Aber warte, ich will's euch ja original zeigen, so wie es vorher war, eigentlich mit der Geschichte. Und das war's. 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 Ich habe mich verletzt. Juno, ich weiß, was sie. Genau. Ashtar, ich werde schnell zurück nach Ohto. Was ist das? Die Frau hat mit dem Gehirn gebeten. Ich werde mit Ohto helfen. Du hast du einen Schraub? Du hast du einen Schraub, der einen Karten zu verfolgen. Das heißt, sie sind die Beide der Frau von Frayze, 30 Jahre alt. Sie sind in der Frau von Frayze. Dieser Herr, der Frayze! Sie wurden die Frau von Frayze zu bedrigen. Sie wurden dieabe von Frayze zu bedrigen. Ich weiß nicht, dass er die Begründung von den Händen hat. Ich weiß nicht, dass er so ist. Der Fray-Ze-Koll war eigentlich nicht so großartig. Ich weiß nicht, dass der Fray-Ze-Koll war. Ich weiß nicht. Der Fray-Ze-Koll hat den Wettbewerb mit den Wettbewerb. Ja. Ja, aber ich glaube, dass die Kraft nicht der Freize-Konferenz war. Was? Der Freize-Konferenz ist die Kraft der Freize-Konferenz. Das ist nicht so, dass die anderen Geist werden. Warum? Der Freize-Konferenz ist sehr wichtig. Das ist wichtig. Das ist die Kraft der Freize-Konferenz. Das ist die Kraft der Freize-Konferenz. Dann ist es... Ja. Was? Was denn? Das hat die Kul der Kul-Konferenz war, die Kul-Konferenz zuletzt. Was das? Das war recht nicht William. Das war'szieselte, Film. Ich denke, es gibt noch lockerer darüber, dass es nicht nur die Köln aufgewachsen ist. Das ist wirklich ein Köln. Aber wenn man die Behandlung verletzt, dann ist es die Wahrheit entfernt, und es wird in den Krebs verletzt. Nao, dann... Dann ist die Köln .. Ich glaube, es wird auf dem Köln. Es wird bei uns gleich an, der Zeit des Krebsbewerbs in der Zeit. Das war das Gehirn. Das war das Gehirn. Der Gehirn hat sich mit den Gehirn gebeten. Ich bin mit dem Gehirn und der Gehirn. Ja, das verstehe ich. Ich habe bereits gesagt, dass alle Gehirn anstatt. Das ist gut! Dann können wir auch! Oh, ich habe noch einen Moment. Ich habe mich nicht mehr gehalten. Ich habe mich nicht mehr gehalten. Und wir haben es gesafft. Aber wussten wir ja vorher schon. Und wir sind jetzt beim letzten, der Rote Mond. Das habe ich nicht abgeschlossen, weil da ist mir dann die Aufnahme gefreckt. Und los. Das war's. Das war's für heute. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Du bist so schade. Ich bin der Fall. Der Fall ist hier. Das war's für heute. Was ist das? Was? 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 Oh, ich habe noch ein paar Fragen. Mal sehen Sie! Was? Ich werde jetzt wieder runter. Das ist so weit. Es ist leider nicht so schlecht. Aber ich werde nicht vergessen. Wir werden nicht den Grover. Sie sind nicht von der Welt, die Sie noch nicht verraten können. Sie sind noch an, bis zum Zeitpunkt. Ich bin der Fall. 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 Ich kann meine Reise... Ich bin noch nicht. Ich bin noch nicht weggegangen. Was hast du gesagt, Karuna? Was hast du gesagt, dass du mir das? Hast du das? Du kannst es nicht. Wenn du das, dass Karuna zu tun, dann die Karte. Ich bin der Körper. Du kannst du deine Körper, oder? Du kannst du deinen Schildern machen. Du kannst du das? Du kannst du das? Du kannst du das. Das war's! Oh! Das war's! Das war's! Das war's für alle! Kann man die dann auch im Multiplayer spielen? Das wäre doch ganz geil, Alter. Wir streng viel blöd alle anderen schauen. Ey, was? Warum ist das denn ein riesiges Monster? Ich bin ein braves Hörnchen. Mit riesigen Schlackohren. Es wirkt halt voll wie das Ende. Das ist ein bisschen schnell, kann das sein? Hallo? Wow, du hörst ja auch nix aus, ey. Da dreht man seinen Eckerfeld den Arsch voll. Wo, wo zur Hölle ist der hin? Wow. Ich glaube, das wird zu einfach. Wow! Oh warte mal, der ist ja voll und... Hopplord fresse, Alter, wir machen dich jetzt platt. Oh oh. Alter du... Sack. Gehäa. Ich zuhör ist er jetzt, also. Scheiße. Ja. Ich glaub der Kern des Spiels ist halt... Ja, okay. Und der Lachse blöd, du bist eh fast toll. Oh oh. Oh oh. Holla. Ich werde interessieren, ob ich das zurückschlagen kann. Komm schon, hau rein. Zeig mir deinen besten ihn. Okay. Warte, warte, warte. Nein, 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 nein. Okay. Man muss schon sehr weit weg sein, um nichts abzukriegen. Ja, komm schon. Ja, komm schon. Tatsächlich, Alter, ich hab ihn mit seiner eigenen Rake gekillt. Hm. Dämliches Kö... dämliche Köder. Bisschen. Oh, oh, noch nicht? Dämliches Köder. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Kommt schauen. Zeig's mir, Köder. Was macht der Netzer? Ja, auch so behindert zu lachen. Oh Gott. Alter. Die Musik ist halt immer noch saugeil. Ich liebe Kämpfe mit Musik. Kom Fernsehen. beschiffst. Oh Gott. Thermom. Oh fuck. Alter. Mach Sitz. Sonst kommst du husch husch ab ins Körbchen, Alter. Sonst kommst du husch ab ins Körbchen, Alter. Sonst kommst du husch ab ins Körbchen. Sonst kommst du husch ab ins Körbchen. Sonst kommst du husch ab ins Körbchen. Dann habe ich Person mit einem großen Schatz gehabt. Man muss ihn nicht nur sagen, was ich denn nicht so? Ich bin eine der Glocke auf dem man Boden zuенный, aber ich habe keine Ahnung, wenn Marie es ohnehin reinkt. Wow! Ich habe keine Ahnung. Also habe ich aber als Vorspanns mit der Füren geholfen. Das ist so schön! Hey, Yami, du hast du auch? Oh, das ist gut. Oh. Oh. Das war gut. Das war's für heute. Ich habe gedacht, dass ich mich in der Kirche verletzt habe, aber es ist das nicht anders? Ich habe mich in der Kirche verletzt, dass ich so eine Art Schmutzung verletzt habe. Sie sind hier seit 14 Jahren gekommen. Was ist das für ein Time Travel? Was ist das möglich? Was ist das für ein Time Travel? Die Kirche und Karuna sind schon seit 14 Jahren gekommen. Du bist schon mal endet, was ich schon mal am Haus verletzt? Hä? Dann ist das hier, was der Armut wurde mit dem Herzen zu verletzen? Genau. Oh, genau. Sollte ich mich. Dann war der Armut in der Dungeon, was ich vor uns mit uns besitzen? Hm. Ich denke, das wird länger, bis wir später noch gehen. Ich bin hier, was ich hier? Ich bin hier, was ich hier? Ich bin hier, was ich hier? Die Geist! Also, ich bin hier... Das ist Marques. Es ist ein wenig, Azuta. Was hast du mit dir gemacht? Ich werde mir das in den letzten Jahren zurück. Ich werde mich zurückkommen? Wenn ich nicht zurückkommen will, Ich bin hier nicht. Das ist das Karnas-Karlena-Karlena-Karlena-Karlena. Das ist ein Klingel für die Zeit. Wenn ich das, dann kann ich das 14 Jahre zurückkommen. Das ist schlecht, aber ich werde mir die Erinnerung. Das ist das, was du für die 14 Jahre. Aber wenn du wirklich, wenn du wirklich brauchst, dann kann ich dich vorstellen. Ich denke, dass ich mich daran erinnere. Das stimmt. Das ist gar nicht so schlimm. Das war's für heute. Das war's für mich. Das war's für heute. Vielen Dank.